Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Es geht. Gut, gut. Wo willst du hin? Heute geht es los nach Iran. In Iran. Ich freue mich mit den Jungs. So hinter die Kamera. Ich glaube, es wird alles schön. Wir freuen uns. Ich freue mich auf jeden Fall für diesen neuen Abenteuer. Tja, hoffe ich auch euch. Ich bitte mit dem Material. Wir sind jetzt gerade bevor zu einsteigen. Auf dem Weg nach Teheran. Wir freuen uns. Und es wird richtig, richtig geil. Wir sind sehr, sehr mit hohem Emotion. Und... Es wird alles richtig schön. Ich bin froh, ihr wirst. Ich bin froh. Ich bin froh, ihr wirst. Ich bin froh, ihr wirst. Ich bin froh, ihr wirst. Wie geht's, ihr wirst, ihr wirst. Die Gangen, die Gangen, die Gangen, die für sie in Thacken. Mein Deutsch ist momentan auch nicht so gut, weil ich bin durcheinander, also die Gefühle, die Emotionen sind auch so komplett... Es sieht geil aus, also ich bin auch sprachlos, was hier, was wir jetzt gerade erleben und ich glaube, dann mit der Show, mit den Bänden und die alle Licht, ich glaube, das wird die Hammer.